104.6 RTL und Stellar Musicals laden Sie ein, einen Traumtag zu erleben. Fliegen Sie morgens mit einer Begleitperson nach Paris und erkunden Sie auf den Spuren des Glöckners von Notre-Dame die romantischste Stadt der Welt. Zurück in Berlin sehen Sie abends die Weltvorpremiere von Disneys, der Glöckner von Notre-Dame im neuen Stellar Musical Theater am Potsdamer Platz. Diesen einmaligen Tag können Sie nur gewinnen. Morgen früh zwischen halb sieben und halb acht bei Arno und der Morgencrew auf 104.6 RTL. Wir sind live für die Stadt in der alten Feuer ist als Mittagessen. 104.6 RTL Berlin 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 Nicht immer wieder die gleiche alte Leier. Frisch, neu, heiß, ein neuer Hit. Jetzt auf 104.6 RTL. Give a little love, give a little love, give a little love. Ein cooler neuer Sommerhit auf 104.6 RTL. Das ist die neue Single von Mr. President. Was sagen Sie dazu? Indeed I did have a relationship with Mr. Winski that was not appropriate. In fact, it was wrong. Ja, schöner hätte ich das im Prinzip auch nicht mehr sagen können, ne? Give me something you can't give back. Von der Spitze des Fernsehturms am Alexanderplatz. Dem höchsten Punkt Berlins. Hier ist 104.6 RTL. Bier spießt. 104.6 RTL. 24. Wir spielen. 365. Bier. 104.6. 104.6 RTL. 104.6 RTL. Da war jetzt auch die Hütze. 80er, 90er, 80er, 90er und heute. Wir spielen hier 104.6 RTL. 104.6 RTL. 104.6 RTL. Ich möchte einfach mal Lieblingsmusik spielen. Weil einfach gut ist. Abwechslungsreiche Musik. Na, zum Beispiel von den Astern und dann auch von, also die neuesten Hütze jetzt sozusagen. Es ist schon ziemlich abwechslungsreich, ja? 104.6 RTL. 104.6 RTL. 104.6 RTL. Die Musik ist total gut. Abwechslungsreich. Sie haben viel neue Sachen und auch altes, was mir dann ist gut gekriegt. Äh, die spielen die Hütze. 104.6 RTL. 104.6 RTL. Hi, this is Mariah Carey. We're the Backstreet Boys. I'm Dan Roberts of the Crash Test Dummies on 104.6 RTL. Check it out. Die größten Hütze der 80er, 90er und ihr neue Hütze. 104.6 RTL. Berlin. Berlin. Hello, this is Nick Maloney and every time I go to Berlin, I listen to myself on 104.6 RTL. Äh, was? Sie hören Nick am Nachmittag auf 104.6 RTL. Mehr Hits. Mehr Spaß. Natürlich gebührenfrei. Er ist klein, er ist frech und er ist noch zu haben. Nick am Nachmittag. Das finde ich toll, das finde ich toll, das finde ich toll. Auf 104.6 RTL. Nick am Nachmittag von zwei bis sieben. Er war wunderschön. Er glich einem griechischen Gott. Auf 104.6 RTL. Wir spielen die Hits. Die Radiopower kommt vom Alex Tower. Die größten Hits der 80er, 90er und ihr neue Hits. Es sind die 5.6 RTL. Berlin. Berlin. Berlin.